Für viele gibt es nichts Schöneres, als in einer gut sortierten und gepflegten Brockenstube nach preiswertem, nach nützlichem, nach einer Rarität oder nach einem Schnäppchen zu suchen. Das Blaue Kreuz führt in der Deutschschweiz insgesamt 13 Brokkyshops, in denen Sie bestimmt nicht lange nach dem passenden suchen müssen. Unsere Angebotspalette ist riesig. Haushaltswaren, Kleider, Möbel, Bücher, Spielzeug und vieles mehr finden Sie bei uns zu fairen Preisen und in tadellosem Zustand. Übrigens, der reine Erlös des Brokkyshops kommt vollumfänglich der vielfältigen Suchtpräventions- und Beratungsarbeit des Blauen Kreuzes zugute. Shoppen mit gutem Gewissen also. Finden Sie auf www.brokkyshop.com heraus, wo sich ein Brokkyshop in Ihrer Nähe befindet und kommen Sie doch mal vorbei. Wir haben ziemlich sicher auch was für Sie. Die Brokkyshops vom Blauen Kreuz Schweiz. Shopping für das Portemonnaie.